Die bestehen nicht auf der Richtigkeit dieser Zahl. An der Stelle des heutigen Schlosses gab es Vorgängerorten. Der arabisch-jüdische Weltreisende Ibrahim Jakob erwähnte bereits eine slawische Fürstenburg an dieser Stelle. 1160 zerstörte der Obertritenfürst Nikloth seine eigene Burg auf der Flucht vor Heinrich dem Löwen, dem Gründer Schwerinz. Ich habe von der 790 zegt,